Nein, zündest mich jetzt nicht an! Niklas, nicht du. Ich hab dich in der Schule noch nie gesehen. Wer bist du eigentlich? Was machst du hier? Ja, ich bin Bock jetzt. Drei, zwei, eins. Sorry. Was halten Sie denn von dem Spiel? Das war keine gute Leistung. Was ist das? Sprachübungen, in Rollen reindenken, weiß ich euch mal. Ach schon, die Rollen. Am Auto, meinst du? Jetzt hast du ihn angezündet. Payback! Jonas, kannst du mich gleich mal aufhören? Diese Scheiße zu filmen. Ultraprofi Informatik, natürlich. Ich hab noch nicht schon ein Bild. Thomas Gendes. Ist ja gut gegangen. Ich hab aufhören eins und zwei schon. Weiß ich nicht. Aber hab ich auf jeden Fall gemacht. Ich hab, ich hab... Oh, eine gute Taktik, sag ich dir. Das ist auch eine kleine Taktik. Yo, Leute, wir machen jetzt Frunk IOS Day. Man sieht ihn zwar spiellich, aber das ist total okay. Anzahl Schritte, ne? Das ist mein Buch. Also, der hat sich nur Raphliste oder schon eine seltene Fiste. Die war Rare. Fangen wir gleich mal ganz ab. Ich bin geistig. Ist richtig? Mann. Ist richtig, ja? Ne, ist mal im Buch. Das ist kein Fachdeutsch. Ne. Niklas ist behindert. Und sein afrikanischer Langheitskater. Was war's jetzt? Ja, der ist behindert. Ja, der ist behindert. Das ist gut für die Hydration vom Tisch, die ist das? Hydration? Ja, genau. Wer liest du Produktivrat? Was? Das ist ganz wichtig. Mit einem Hotelbeweg. Gott, Mannal. Wie brecht sich das aus? Halt doch die Schlauzeile. Wie brecht sich das aus? Das ist aber noch viel schön als das letzte Mal. Was hast du jetzt? Ich hab Lenglish. Lenglish hast du? Lenglish hab ich. Ich hab Kanglish. Ja, ja, ja. Digga, du hast ein Zeugnis bekommen. Seid mal dein Zeugnis. Ne, dann fangen wir in den Vlog rein Niklas, dann hören wir, dass du gut bist. Guck mal mit dem Maul. Geht doch morgens übrigens. Es ist weg. Tritt drauf! Spare das. Ich brauch da erstmal, ich brauch schon. Der Scheißautisten. Ich wollte nur den kurzen Hals, ne? Ich bin hier auf der Titanic. Spare ich nicht. Wir haben jetzt wegen Corona keine Schule mehr. Und jetzt denkt sich so ein Lehrer, yo, lass mal Online-Video-Chat-Unterricht machen. Ich bin voll dabei, sag ich dir. Extrem konzentriert bei der Arbeit. Naja, schönen Tag noch. Hast du euch noch gestern Vokabeltest in Englisch rasiert? Also ich muss sagen, ich hab's zwischendurch mal ein bisschen gelunzt, so rechts neben mir. Wer war da? Niklas. Hattest du mich gut keine ohne Idee. Keine gute Idee, ja. Ich hab's mal ein bisschen gelunzt. Auch ein bisschen was abgeschrieben dann so. Also ein bisschen was gefunden auch. Kurz vorabgegeben ist mir dann aufgefallen, dass es A und B-Tests gab. Du stellst euch mal vor. Wer wirst du? Ich. Hi, ich bin Luca. Aber ich lenne mich Lukas. Weil sie mich checken, dass man als Dollarzeichen meinem Namen nicht mitspricht. Ich bin jetzt 24. Wie die meisten in meinem Alter. Und nach der Schule wusste ich nicht so ganz, was ich machen will. Ich wusste nur ab, irgendwas mit Medien. Und jetzt bin ich als Stand-Up-Comedian. Hier sind noch mehr Vlogs und hier ist noch ein anderes Video. Du kannst doch klicken uns anzugucken. Und ich mach hier noch ein bisschen Unterricht. It's Corona-Time. Schönen Tag noch.